Was ist denn das Ziel für die, die überfallen worden sind eigentlich? Ich glaube auch, dafür muss man jetzt nicht zwingend vor Ort gewesen sein, aber die Frage muss ja im Mittelpunkt stehen. Was sind denn Konditionen für diejenigen, die aus der Situation des Unterdrückten heraus einen Frieden schließen sollen? Was sind denn die Konditionen, damit die das tun und damit die da drin auch Frieden finden, auch persönlich Frieden finden, nämlich einen, der nachhaltig ist und gerecht ist, bei dem man nicht ein paar Jahre später wieder die Erfahrung macht, dass wieder wie von so einer Salami eine Scheibe vom eigenen Land abgeschnitten wird. Das ist ja jetzt die sich wiederholende Erfahrung, die Menschen in der Ukraine seit 2014 gemacht haben. Und deswegen stelle ich die Frage, auch Ihnen, Frau Wagenknecht, worüber soll eigentlich genau verhandelt werden? Und finden Sie es nicht bemerkenswert, dass Sie überhaupt nur hier sitzen und die Forderungen nach einer Verhandlung stellen können, weil es die Ukraine auch wegen der Waffenlieferung noch gibt?